Ich heiße Dana Laszlo da Costa und ich bin eine textile Künstlerin. Ich arbeite sehr viel in meiner künstlerischen Arbeiten mit Pflanzen aus Lateinamerika, also sehr viel mit Brasilienholz. Brasilienholz ist ein Baum, die, wie der Name auch schon sagt, aus Brasilien kommt und die sehr viel mit der ganzen Kultur und Geschichte von Brasilien zu tun hat. Also Brasilien heißt Brasilien wegen dieser Baum und es ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Baum für die ganze Kultur von Brasilien. Und genau, aber auch mit so sehr vielen anderen Pflanzen aus dem amerikanischen Kontinent und dadurch will ich auch so diese Vielfalt von diesem Kontinent durch die Farben, die dann in meine Arbeiten kommen, zeigen und auch die Besonderheit der Natur. Weil es sind wirklich, ja, so besondere Farben, die kommen aus der Natur, die zeigen, wie, was für ein Wunder die Natur ist. Und jetzt hier bei dem Workshop, den ich gegeben habe in Tangamünde, das war sehr schön, dass ich könnte dann das zu den Kindern vermitteln, was es für mich so wichtig ist. Also der Workshop war für Kinder, die so in der Grundschule sind. Und ich habe dann mit den Farben selber hergestellt mit verschiedenen Pflanzen und es war total schön zu sehen, wie, ja, wie die Kinder dann so freudig und neugierig waren, um zu, also um irgendwie das alles so zu erfahren und auch so diese, ja, also dieses, also, dass man dann nicht denkt, so Farben ist so etwas, die aus einer Tube kommt und dann macht man, sondern irgendwie, dass man kann wirklich mit so vielen Pflanzen und auch so viele Zutaten, die man in der Küche vielleicht benutzt, auch so Farben herstellen. Und sich dann auch dadurch viel mehr mit so Nachhaltigkeit auch auseinanderzusetzen. Und, ja, das war auf jeden Fall eine ganz besondere und schöne Erlebnisse. Und, ja, auch so dieser Austausch mit dieser neuen Generation. Und jetzt fühle ich mich wie eine alte Oma, die schon über neue Generationen spricht, aber wirklich so mit denen so zu sprechen und mich auszutauschen. Und, ja, irgendwie über Natur, über Zukunft, über Wünschen und über so vielen Sachen zu sprechen und gemeinsam dann in diesen zwei Tagen so viel zu machen, wie ich, ich sage, für mich, ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, dass die, die Kinder auch genauso viel Spaß hatten wie ich oder so, dass wir auf jeden Fall so sehr viel in dem Wochenende gemacht haben.